Das ist herrlich! Nemo! Dori! Hallo! Hallo! Das ist übrigens mein schönes King-Size-Bett. Oh, da werde ich heute Nacht so gemütlich drin schlafen. Eins gedrückt. Zwei gedrückt. Pornokanal! Nein, leider nein. Ist das kleine aber feine Badezimmer und da geh ich an. Duschen. Ach, in Hose. Einen mache ich natürlich nicht. Achte, das ist Harald Schmidt. Was ist das alt? Wunderschönen! Wunderschönen! Untertitelung des ZDF, 2020 Oh mein Gott, Inception! So, hallo und recht herzlich willkommen, mein Name ist Sirius und das ist die Eve neben mir. Wir übernehmen den deutschen Part für Ubisoft. Ihr könnt den Stream gleichzeitig, wenn ihr sehr hart vor E-Sport interessiert seid, könnt ihr das halt auf dem Rainbow Six Kanal schauen. Wenn ihr ein bisschen Carol-mäßiger unterwegs seid und euch generell für Spiele interessiert, könnt ihr auch gerne bei uns bleiben. Ach so, sehr schön vorbereitet. Hallo und herzlich willkommen. So, da hinten steht die Technik, wenn wir darüber switchen. Hier haben wir unsere Monitore. Da seht ihr, dass auf meinem Mix ist. Das sind jetzt die Scheinwerfer, da seht ihr nicht so gut. Hier sieht man die Cam. Jetzt bin ich ganz alleine hier, ist der Frank jetzt auch noch abgehauen. Guck mal, da seid ihr, aber ihr seid gerade auf We'll Be Right Back. Da ist der Chat. Ich bin alleine. Hallo. Ja, ich gehe jetzt auch noch mal kurz auf die Toilette. Wie das schön losgeht. Oh, das war nett. Guck mal, hier kann ich auf... So, da habe ich überprüft. Ich habe Screenshots gemacht stündlich, damit ich nachher gucken kann, wer uns da supportet, Leute. Ganz klar, dass ihr wisst auch... Ja, was wollte ich sagen. Egal, ich möchte jetzt wissen, was hier abgeht. Sorry, Frank. Take 1. Hallo, Frank. Hose hochziehen. Hallo. Oh, geil. Ja, Backstage. Da seht ihr die Gewinner vom Zeny, die sich jetzt ein bisschen erfrischen können. Da vorne seht ihr schon die Präsentationsfläche für das DLC, für Dustline, für Staublinie. Während oben der Timer im Stream läuft, laufen Frank und ich gemütlich unten im Erdgeschoss rum und schauen uns ein bisschen um. Snapception. Hier ist die Bar. Da sind die Spieler. Da ist die Tür. Und da ist der Frank. Du davor. Ja. Intensiv, du, die hier das machst. Ja, das ist, weil ich sie schlecht sehe, deshalb muss ich sehen. Ich finde es eigentlich sehr schön, dass wir diese Übersicht von oben haben, dass man halt wirklich sehen kann, ey, wo kommt jetzt einer her? Darf ich einen ganz doofen Kommentar machen? Ja. Das sieht aus wie Sims. Und raus ist sie, Yves. Für alle weiteren Spiele gesperrt. Hätte ich darauf retten müssen, hätte ich gesagt, sie macht da auch den Kill. Schien so, als wenn sie einen Verteidiger angeschossen hat. Snapchat Story vom Damenklo. Jetzt geht es gleich weiter mit der Vorstellung des DLCs. Dustline. Die Vorstellung von dem neuen DLC gucke ich mir hier unten aus der Lounge an. Da kann man ein bisschen mehr chillen, sich die Beine vertreten und liegen. Später. From everybody here at ESL, everybody at Ubisoft as well, congratulations to all the teams who made it to our Pro League Finals, but your first ever Rainbow Six Pro League PC Champions, once again, Pentasports. So, wenn die Yves sich noch den Mund abputzt von zu vielen Pizzaessen, war es das mit der Rainbow Six Pro League. Herzlichen Glückwunsch an Pentasports, die die erste Season gewonnen haben. Fantastisches letztes Match. Die Frau Yves ist noch eben ein bisschen zu Ende, dass die auch noch was dazu sagen kann. Pulmel noch die Pizza aus den Zähnen. Danke, Frank, dass du schon draufschaltest, während ich noch mir die öligen Finger abwische. Ich war leider zu langsam, sonst hätte man auch gesehen, wie du da ganz andere Sachen abwischst. Ich weiß nicht, auf was du stehst, aber ich möchte es auch lieber nicht wissen. Vielen Dank, dass ihr dabei seid oder dabei wart. Wir freuen uns natürlich über euer Feedback, auf welchem Kanal auch immer. Ja, ich würde sagen, das war es für heute. Danke an die Leute, die das Ganze so dermaßen supported und geschützt haben, mit allen Kommentaren im Chat, im Livestream. Das letzte Wort geht an die Yves. Ich hoffe, draußen scheint noch die Sonne. Warte, ich gucke auf den Tacho. 10 Uhr, ich glaube nicht. Aber wir machen uns jetzt noch ein bisschen Sonne irgendwo. Und ja, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal, vielleicht. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Okay. Champagne douche. Ja, cool. No. Frank bringt mich voll in Gefahr, guck mal, Gefahr, Gefahr, Gefahr! Schlag eine Schneise in den Verkehr! Sirius! Nein, mach das nicht! The Dome? Das ist der Dome, den sieht man echt gar nicht. Wie gesagt, wir fahren jetzt noch eine Runde hier, nehmen wir das Handy weg! Hallo Leute und herzlich willkommen zurück in meinem Hotelzimmer. Ich bin sowas von am Sack, das kann ich euch gar nicht sagen. Es war super schön und es hat wirklich richtig viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank an euch alle da draußen, dass ihr dabei wart, dass ihr uns so krass und hart unterstützt habt. Und viele von euch waren einfach wirklich von Anfang an von 14 Uhr mit dabei bis zum bitteren Ende. Vielen, vielen Dank dafür, das war echt klasse! Und ich habe so viele bekannte Gesichter im Chat gesehen, also so viele bekannte Namen und habe mich so total gefreut, dass so viele Ibis und Idioten am Stissel waren. Ihr habt das echt so aufgewertet und ich bin echt so mega stolz auf euch und wollte einfach nochmal Dankeschön an euch sagen. Vielen Dank! Ja, auf jeden Fall schaue ich jetzt noch eine Folge Serie oder sowas, dann gehe ich direkt schlafen, weil morgen geht um 9.30 Uhr direkt mein Flieger wieder und ich bin einfach nur müde. Macht's gut, guten Abend! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank! Vielen Dank!